Ich lerne Deutsch. Nummer 1922 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss zugeben, dass Wolfgang sich nicht nur komisch verhält, sondern sich auch seltsam anzieht. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Die Temperatur im Serverraum ist zu hoch. Wir müssen das ändern. Die Temperatur im Serverraum ist zu hoch. Wir müssen das ändern. Hast du gestern auch Plastikflaschen im Park gesammelt? Hast du gestern auch Plastikflaschen im Park gesammelt? Ich habe Probleme mit den Venen in meinem linken Oberschenkel. Ich habe Probleme mit den Venen in meinem linken Oberschenkel. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Wir trinken den Cocktail gemeinsam mit Strohhalmen. Wir trinken den Cocktail gemeinsam mit Strohhalmen. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Haben wir noch genug Tomatenketchup für die morgige Party? Haben wir noch genug Tomatenketchup für die morgige Party? Ich bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Für warme Tage haben wir immer Eiscreme in der Tiefkühltruhe. Für warme Tage haben wir immer Eiscreme in der Tiefkühltruhe. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Wir sind jetzt in Italien. Hier genießen wir gemeinsam die Sommerferien. Wir sind jetzt in Italien. Hier genießen wir gemeinsam die Sommerferien. Was du suchst, findest du dort rechts in der Küche neben dem Kühlschrank. Was du suchst, findest du dort rechts in der Küche neben dem Kühlschrank. Wiegt diese Tafel Schokolade genau 100 Gramm? Wiegt diese Tafel Schokolade genau 100 Gramm oder hat der Hersteller das Gewicht verändert? Wiegt diese Tafel Schokolade genau 100 Gramm? Oder hat der Hersteller das Gewicht verändert? Was machen wir nach dem Yoga? Gehen wir zusammen Mittagessen? Was machen wir nach dem Yoga? Gehen wir zusammen Mittagessen? Der Blutdruck ist in Ordnung. Was macht der Rücken? Haben Sie dort noch Schmerzen? Wir fahren mit unseren Mountainbikes durch das schlammige Gelände in den Bergen. Natürliche Pinsel sind perfekt für Puder, da sie weich und flauschig sind. Auf der anderen Seite funktionieren synthetische Pinsel gut mit flüssigen Produkten. Natürliche Pinsel sind perfekt für Puder, da sie weich und flauschig sind. Auf der anderen Seite funktionieren synthetische Pinsel gut mit flüssigen Produkten. Wir wollen heute noch einmal über unsere gemeinsamen Pläne reden. Das neue Büro ist hell und gemütlich. Das neue Büro ist hell und gemütlich. Das neue Büro ist hell und gemütlich. Hier können wir gut arbeiten. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Geräusch Geräusch Vielen Dank.